Hallo ihr Lieben, ich bin Sam Schoemeyer, Paartherapeut und Singlescoach in Hamburg, Psychologe, das ist mein Videoblog rund um die Themen der Dimension Liebe. Und ja, Manifestation Challenge geht los. Ihr könnt vielleicht gerade noch so in, nee, also nicht nur vielleicht, ihr könnt gerade noch in den Adventskalender einsteigen. Und ja, heute haben wir aber mal wieder ein sehr amüsantes Thema. Und ja, wer hätte es gedacht, es geht natürlich mal wieder um toxische Beziehungen. Und so, suchen wir das mal gerade raus. Und zwar von Brechnetzkular und ja, legen wir einfach mal los. Hallo Christian, danke für deine Arbeit, dadurch habe ich schon viel dazugelernt. Als Single bin ich tough, stehe gut im Leben, verfalle erst im Laufe einer Beziehung. Immer wieder mein altes Pluspol-Schema. So passiert Ende Juni 2021, habe einen Mann aus meiner Heimat über OKCupid kennengelernt und schnell getroffen. Wir beide so um die 30. Anfangs war ich wenig angetan, er war etwas spröde und hölzern, aber im Laufe des Kennenlernens hat mich irgendwas getriggert. Eine gewisse Vertrautheit entstand durch seine Offenheit und Zuwendung, doch der Funke sprang bei mir nicht gleich über. Er verhielt sich ziemlich instabil, Nidhi, und wirkte ziemlich verloren. Das habe ich ihm auch schon vermittelt, dass ich ihn mag, aber das mehr für mich nicht reicht. Ich war stolz, dass ich so klar und authentisch war und bis dahin nicht abhängig davon, ob er mich will oder nicht. Er kommunizierte andeutig seine Unzufriedenheit über sich und sein Leben. Kein Schulabschluss, Erfolg ist im Job, finanziell und materiell abhängig von der Familie. Und dass er eine Frau möchte, mit der er was aufbauen kann. Also die ihm sein ganzes Leben jetzt rockt und finanziert, oder wie? Dann begann seinerseits intensives Werbeverhalten, also Love-Bombing, sagen wir mal. Auch während Kumpelsurlaub, doch mir fielen immer mal wieder Ungereimtheiten auf. Das wäre jetzt so die erste rote Flagge. Ungereimtheiten im Datingprozess immer schlecht. Beziehungsweise spürt dich immer wieder eine gewisse Distanz, Kälte sowie passiv-aggressive Züge, die gar nicht zu seiner weichen, anhänglichen Seite passen. Also wir haben jetzt mal, dass er erstmal, das erinnert sich gleich aber noch, nicht in seiner Polarität ist, abhängig, keinen Job hat, keinen Erfolg hat, kalt, passiv-aggressiv. Warum bist du jetzt hier überhaupt noch drin? Das ist die Frage, ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, mein Liebeschip findet das aber geil. Und ja, kann man machen. Aber da muss man sich überlegen, warum jemand, der so viel negative Eigenschaften hat, warum will ich den Part 2 daten? Und da muss man sich halt auf die Suche machen. Also ich glaube, sobald ich das gesehen habe, hast du auch noch keine Module gemacht. Nur Video gucken reicht nicht, sage ich immer. Modul 1, um Programmierungsliebeschip, mal auf die Suche machen, warum date ich bestimmte Menschen, was gibt es da für Zusammenhänge und auch die ganzen Folgegeschichten, die ich da ja anbiete. Und das einfach mal erforschen und nicht einfach hinnehmen. Also das ist von, was man mal verstanden hat, es gibt toxische Beziehungen, das ist nicht gemacht. So, weil es wirklich schwer ging, diese Anziehung anzukommen. Mal meinte er, wir sind beides Pluspole. Guckt ihr auch mal nur Videos oder was? Und dann wieder, dass er, wenn, der Minuspol sei. Ja gut, ich meine, das sind alles nur so Hilfsmittel mit Plus und Minuspol. Und, also was es manchmal gibt, ist, dass jemand, also erst mal ein bisschen plussig rüberkommt, aber dann total kontrollierend ist, alles kontrollieren will und dominant. Und das ist dann nicht mehr Plus. Das ist dann einfach, also meiner Sichtweise ist es ein Minuspol, auch wenn er auf so eine kalte Art verlustängstig ist und eigentlich gehen lassen würde. Man das machen Narzissen ja auch. Ne, das hat ja jetzt nicht, dass er einer ist. Aber, also, ne, also aus meiner Terminologie bist du eindeutig ein Pluspol, so, ne. Er redet schlecht über, von seinen Echsen, wurde betrogen und eingeengt über Kollegen. Bis jetzt ist es auch noch nichts Gutes, wolltest du mal gesagt haben. Nichts, gar nichts. Und du bist immer noch da. So, mein ungutes Wortgefühl meldet sich. Sorry, also jetzt hast du schon fünf Informationen, dass er nicht passt. Warum bist du noch da? Und das muss man sich immer wieder sagen, weil das ist auch, geht auch um Selbstermächtigung, ne. Dass du für dich einstehst, dass du dein Leben selbst geil machst, dass du, ja, einfach zu deinen eigenen Entscheidungen stehst und warum, ich meine, ich weiß, sowas ja auch erlebt, also deswegen, ich weiß nicht, wie es passiert, aber trotzdem, warum will man partout jemanden daten? Also jetzt könntest du schreiben, sieht nicht gut aus, riecht schlecht, beleidigt mich, ist passiv-aggressiv, verdient kein Geld, wohnt noch bei Mami, was weiß ich noch alles, redest schlecht über Ex-Freund, dies und das, aber du datest ihn. Warum? Ne, da musst du dich auf die Suche machen. Ich kann dir das jetzt auch nicht sagen. Vielleicht hast du irgendwie einen gemeinen Papi oder eine Mami, die du getrunken hast oder da muss man halt wirklich suchen, was genau ist es, was mich da so anzieht, ne. Oder es ist seine Bindungsangst und du hast passive Bindungsangst, ja. So, mein ungutes Bockgefühl meldete sich wiederholt und oft und ich dachte an Bindungsängstler oder verdeckter Narzisst. Sein egoistisches Verhalten war auffällig. Ja, also ich kriege oft so Mails und dann muss, ich meine, ich muss mir sowas früher auch mal anhören, wenn ich in so einer Beziehung war. Ich weiß noch, wie ich damals meine Coach mal gesagt habe, ja, guck mal, da ist doch eine kleine rote Flagge und hier. Und dann sagt sie, warum sollen wir jetzt über kleine rote Flaggen reden, wenn da diese riesige, diese Fußballfeldgroße rote Flagge ist? Warum soll man noch über Kleinigkeiten reden? Und das ist hier auch, also das ist schon alles scheiße, passt doch mal, da kann man nur sich selber am Kopf fassen und überlegen, warum will ich den Partou daten, so, ne. Und nicht mehr über ihn nachdenken, so. Ich dachte an Bindungsängst oder verdeckter Narzisst, dann egoistische Malen. Ja, nach drei Wochen Werben warf ich meine gesunde Skepsis über Bord. Warum? Wäre jetzt wieder die Frage, warum ist es so anfällig für Lovebombing, ne. Auch da, das hat häufig mit Selbstwert zu tun, mit leeren inneren Eimern. Mach die fucking Kurse. Weil bisher gibt es nichts Positives hier, nichts. So, warum ich meine gesunde Skepsis über Bord und wechselte vom Erwachsenenmodus in mein altes Schema? Heißt, dass ich Dinge wie ein Vorstellers, ich liebe dich, Zusammenziepläne und Urlaubsplanung seinerseits nicht mehr wirklich in Frage stellte und mich mitpreisen ließ? Ja, fair enough, wir wissen alle, wie sowas passiert. Aber letzten Endes, ja, geht es darum, dann die Eimer zu füllen, ein nice, geiles Leben, dass du nicht, wenn irgendjemand, dem du irgendwo begegnest, auf irgendeiner fucking Dating-App und der mal ein bisschen sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, will dich heiraten, dass du da nicht mehr darauf reinfällst. Mach deine Eimer voll, so, ne. Ähm, nicht mehr wirklich in Frage stellen, ob ich mitreißen ließ, vertraute. Ich stimmte sogar zu, dass wir per App unseren Aufenthaltsort tracken, ey. Oh, macht der auch mit der Familie und früher mit der Ex? Okay, wie gesagt, ich habe auch schon kontrollierende Menschen gedatet in meinem Leben, weil ich habe auch schon so viel Scheiße gebaut. Aber, wenn jemand so fucking kontrollierend ist, das ist nicht, weil er dich so sehr mag, sondern weil er einfach fucking Themen hat, so, ne. Und, äh, ja, das hat halt mit Liebe nichts zu tun, so, ne. Und da musst du auch nicht so co-abhängig denken, ja, mach ich jetzt mit, der arme Kerl, irgendwie so. Es geht nur um Kontrolle und ich frage mich auch, ob er überhaupt seine Position, wenn ich mir das alles so durchlese, ob du überhaupt seine Position gesehen hast. Oder, hast du seine gesehen? Oder hat er nur dich getrackt? Er mischte sich in mein Leben ein und ich fand es als übergriffig, sagt aber nichts, denn ich fühlte mich als Teil einer Einheit, die ich mir ja wünsche. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es so unbewusst eine Einheit mit Papi oder mit Mami. Vielleicht war der auch so übergriffig, fies gemein. Da muss man jetzt suchen, ne. Vor einem gemeinsamen Kurztrip war er das erste Mal offensiv launisch, abweisend und unerklärbar distanziert. Oh, das trägert mich schon immer beim Lesen. Man fragt sich das immer, warum, warum, warum muss man die daten? Warum, warum? Ich spürte seinen inneren Druck und irgendwann platzte es aus ihm heraus. Er blaffte mich an und sagte mir, verlass, ne, ich sagte mir, verlass ihn. Doch mein inneres Kind zerrte an mir und am Ende gewann mein reaktives Verlustangstschema. Ja, und da muss man mal die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, so, liebes Kind, ich kümmere mich jetzt gerne mal um dich, aber sorry, ich kann dir, ich meine, du als Erwachsenen, ich, es ist eine Entscheidung, also, was soll ich das mal sagen? Es ist, also man geht sozusagen scheinbar den einfacheren Weg, in den man sich da so reinschmeißt, anstatt dass man in nicht geht und dann vielleicht Liebesgummer hat und sich dann seinen Themen stellen muss, die man wirklich hat, so, ne. Stattdessen, also es ist wie Drogen nehmen, stattdessen nimmt man Drogen und ach, jetzt haben wir wieder Versöhnungssex und jetzt haben wir, und jetzt war es aber wieder nett und jetzt hat er mich mal wieder angerufen und das ist einfach eine tierische Ablenkung von den eigenen Themen. Deswegen bringt es auch, ich werde das jetzt alles lesen, aber es bringt es überhaupt nicht, so bei ihm nachzudenken, weil er ist einfach völlig ungeeignet für dich als Date und, aber was, er ist wie er ist und du hast ihn gedatet, so, ne. Äh, vermehrten Skaltmomenten, teilweise im Sekundenwechsel, die mich irritiert und er fängt zu leben. Ja, wenn jemand heiß-kalt spielt, muss man schon mal nochmal viel mehr rausgehen, weil dann fängt man ja auch an, so süchtig zu werden, so, ne. Äh, es ging nicht richtig um mich, es fühlte sich an, als hätte ich nur eine Funktion zu erfüllen, nach dem Kurztrip wirkte er dem Ganzen überdrissig und unvorherziehbar und impulsiv-aggressiv, ey. Oh, ich würde sogar mal irgendwas Positives über diesen Menschen, das ist ja nur Scheiße. Da kann man sich echt nur fragen, warum mache ich das? Und dann die Antworten suchen, so, ne. Ich meine, ich habe jetzt keine Glaskugel, ich kann jetzt das auch nicht hundertprozentig sagen, aber das wird schon, ein inneres Kind wird schon gehen. Vielleicht sah er unfassbar hot aus und sein Ego ist auch noch im Spiel, hat ihn vielleicht auf den Podest gestellt. Vielleicht wolltest du, ähm, ja, die Eimer voll machen, äh, die Seite in dir, oder nicht einfach nicht allein sein in diesen Zeiten. Das musst du rausfinden jetzt, ne. Äh, Ende August nahm er an einer Reise teil, geplant vor meiner Zeit ab, dann ging es auffällig bergab, er meldte sich, wenn er war unterkühlt, am Telefon weinte ich und erklärte ruhig, dass mich sein distanziertes Verhalten total triggert und verletzt. Ja, bisher hat er ja nicht viel Empathie bewiesen, das wird jetzt hier auch nicht passieren. Ist er sonst immer auf mich eingegangen, war er wie ausgewechselt überheblich. Ja, er ist natürlich jemand, wie gesagt, ich wird, kann ja, stell ja keine Diagnosen hier, äh, ist ja klar. Aber er ist schon, ähm, hier auf jeden Fall jetzt sehr im Ego, ne. Aber es ist auch immer so ein Zusammenspiel, du lässt es auch zu. Ist das überhaupt nicht, das ist jetzt seine Schuld, ne. Ist nicht deine Schuld, dass er euch so behandelt, ganz klar. Ähm, aber es ist auch, dass er merkt, du hast wenig Grenzen und dann gnadenlos rüber geht, so, ne. Deswegen ist wirklich der beste Schutz im Dating ist wirklich eiskalte Grenzen, sofort gehen, sofort Grenzen setzen, nicht klein machen lassen, wirklich hier ist die Grenze und oder gar nicht erst diskutieren, einfach, einfach mein ganzes Konzept von Standards und Gearbreaker, das ist, das ist genau für euch gemacht, dass ihr da nicht reingeht, aber ihr müsst es auch an, also lernen und anwenden. Hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht gemacht, aber sag ich jetzt einfach mal so, weil dann passiert es nicht. Grenzöbertritt, hm, ich gucke auf meiner Liste, Standards, ich rede mit ihm, Gearbreaker, äh, was, ich glaube, wir haben ja schon diverse Gearbreaker gehabt, Koffer packen und weg. Und diese, und wenn man sagt, man kann das nicht, dann geht es darum, diese Trennungskompetenz zu erwerben. Da will ich euch alle haben, dass ihr jede fucking Sekunde aus einer Beziehung rausgehen könnt. Jede Sekunde, äh, so. Äh, ab dann stellt er mich so und so taffe Frau komplett in Frage und da stellt er mir ein psychisches Problem. Das ist wirklich eine Horrormail, ey. Äh, er meinte, er habe keine, er meinte, er hat keine Empathie. Also du kriegst ja auch schon alles auf dem Silbertablett präsentiert, ne? Wenn jemand keine Empathie hat, hat er, hat er wahrscheinlich keine Empathie. Wie willst du mit so einem jemand, wie willst du, wie willst du eine Beziehung führen, ne? Und wegen meines kindisches Verhalten den Rollladen runtergelassen. So ist jetzt auch noch deine Schuld, Schuldumkehr. Trotzdem liebt er mich, Gaslighting, das hat das hier mit Liebe zu tun, nichts, ne? Und will die Beziehung nur mit dem Zusammenziehen, wo er nichts überstürzen, ja. Das könnten wir fast schon denken, wird das jetzt das Dreieck aufgebaut, aber wissen wir nicht. Ähm, die Pflichtige dabei hat aber erhebliche Zweifel und hat dann ein obsessives Nachdenken über ihn, in die Beziehung und ständig das Gefühl, ich muss für mich beweisen. Ja, das ist Alltag in toxischen Beziehungen, aber auch spiegelt er deine Muster. Er ist ein bisschen dein Arschengel, er zeigt dir, wo du dich weiterentwickeln darfst. Und dass du nicht so sehr an dir zweifeln sollst, ne? Trotz der Gemengelage wollte er mit mir in Urlaub fahren und es war eine einzige Katastrophe. Er macht nur, auf was er Bock hat, aber wahrscheinlich hat er da auch völlig egomäßig sein Ding durchgezogen und, naja. Eine emotionale Achterbahnfahrt begann, seine Mauer war oben. Er war impulsiv, launisch, keinerlei Benimm. Detail spare ich euch mal, kaum Sex. Also es gibt wirklich nichts Positives hier, nichts, ey. Er ging überhaupt nicht mehr auf. Also das kann wirklich nur dein Beuteschema sein, weil was anderes kann es einfach nicht sein. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt sagen würde, er möchte ihn daten. Hier aus den Mails glaube ich nicht. Aber, wie gesagt, es ist auch, toxische Beziehungen holen das Schlechteste, also holen das dir das Schlechteste raus, aber auch aus ihm das Schlechteste raus. Aber ich will mir jetzt gar nicht über ihn Gedanken machen, sondern um dich. Und du musst einfach viel stärker werden, selbstbewusster und einfach deinem inneren Kind sagen, sorry, ich kann dich ja nicht mehr ans Steuer lassen. Aber wie gesagt, man muss die Arbeit auch machen. Es reicht einfach nicht, Videos zu gucken, sage ich jetzt allen hier so. Es ist einfach, man rafft es einfach nicht. Man muss wirklich konsequent an sich arbeiten, so, ne. Zumindest, wenn man wirklich ein richtig Scheißprogramm mit dem Lebeschipp hat, so, ne. Er ging überhaupt nicht auf mich ein, schikanierte mich wegen Kleinigkeiten, übte an den Haaren der beigezogene Kritik, zum Beispiel meine klebrige Haut. Also es ist schon echt ein Klassiker hier wieder. Oh mein Gott. Erinnert mich an die Frau, die mal gesagt hat, dass ihr Mann ihr eine Liste geschickt hat mit 49 Sachen, die sie doch mal bitte ändern soll an sich. 49. Aber es ist auch eine gemeinsame Dynamik, wie gesagt, es ist seine Schuld, in Anführungsstrichen, dass er das macht. Aber man macht sich auch im Plusball hoffentlich selber komplett klein. Und das hat auch ein bisschen Dynamik auf den anderen, das muss man auch fairerweise sagen. Es hat auch Dynamik auf den anderen. Dass der dann, wenn man so merkt, da hat jemand, wirklich macht sich zu klein. Es ist eine gewisse Versuchung, dann manchmal da dieser Dynamik irgendwie nachzugeben. Da muss man auch schon echt sehr bewusst sein, dass man sagt irgendwie, nee, ich spiele jetzt dieses Spiel nicht mit auf der Minuspolseite. Das darf man auf der Minuspolseite aber nicht erwarten, diese Bewusstheit. Die kannst nur du erwarten, also an dir arbeiten auf deiner Seite. Und du siehst es ja auch, jetzt geht nur die Frage, wie lässt du es einfach, ne? Und das kann man einfach stumpf üben. Kann man ganz stumpf üben, dieses frühe Gehen so, ne? Und da muss man aber klar sein, woran es liegt. Weil es gibt Leute, die werden, ich will jetzt keine Vergleiche machen hier, aber es gibt Leute, die sind liebessüchtig zu Menschen, wo wirklich alle, also so ein bisschen so, als wenn so ein 20-jähriger Mann zu einer, wie gesagt ist jetzt kein Altersschämig, aber zu einer 90-jährigen Oma komplett liebessüchtig wird. Also so ist es wirklich manchmal, wo man wirklich denkt, da passt einfach nichts, ne? Es ist einfach nur, ja, eine Fantasie und wie gesagt, das sagen die in SLAA ja auch immer, es ist auch eine Fantasiesucht, ne? Weil man vielleicht schon als Kind immer wieder im Fantasiemodus gegangen ist, weil immer wieder in jemand irgendwas rein projizieren, man kann ständig in dieser Rosamunde-Pilcher-Fantasie bleiben, die dann zwar nicht erfüllt wird, dadurch kann man auch wieder Drama ziehen, da kann man wieder diese ganzen Drama-Hormone abrufen, aber es ist letztlich einfach nur so ein Drogenrausch, ne? Und muss sich nie der Wirklichkeit stellen, so, ne? Äh, deswegen können wir jetzt ewig alle auf ihn rumhacken hier, aber das bringt einen nicht weiter, ne? Äh, und Artur liegt ja ganz klar, dass er das sagen haben möchte, ständiger Vergleich mit seinen Eltern, mein inneres Kind lässt mich verharren und meinen Selbstwert in den Keller rauschen. Ja, hol die Erwachsene raus! Los! Geh dir nicht selber auf den Leim, ne? Ne? Mach dich groß, ey! Äh, er ging immer mehr auf Distanz, fühl sich eingeengt, blablabla, blablabla, verlor den Respekt, ja, das ist offensichtlich. Äh, Flucht aus der Stadt, wochenlang keine gemeinsamen Wochenenden. Wo sind deine fucking Standards? In und wieder stand ich für mich ein und dann gab es ein paar Krümel. Ich schämte mich vor meiner Regression in die Kindheit, kam da nicht raus. Das Ende geschallte sich sehr entwürdigend. Nachdem er mich wiederholt respektlos behandelte und anlog, fuhr ich ihm, als er unterwegs war, hinterher. Ja gut, solche Sachen passieren. Das ist einfach diese Dynamik von toxischen Beziehungen. Würdest du mit einem sicheren Partner wahrscheinlich nicht machen, aber würdest du einen sicheren Partner attraktiv finden, so, ne? Dafür muss man erst seinen Liebeschip angucken. Weil ich mir einfach nicht mehr vertraute. Er ließ sich nicht mit sich reden und war bohs über mein Verhalten. Und machte auch noch Schluss. Ach, deswegen soll ich auch immer früher rausgehen, damit der andere nicht... Das ist hier der ganz normale toxische Ablaufen. Lovebombing, Kritik, Abschuss. Wie könnte man jetzt so in ein Lehrbuch übernehmen über toxische Beziehungen, das ungeschriebene Lehrbuch der toxischen Beziehungen? Aber was bringt es dir? Werden dir alle sagen, das ist super toxisch. Du wirst ganz viel Sachen hören über diesen Mann, wie er ist, wer er ist. Aber es ist uninteressant. Warum bist du angezogen davon? Dann gab es ein kurzes Gespräch. Da spielte ich den gelassen und meinte, es passt einfach nicht. Aber er hat noch Gefühle. Ja, das ist schon extrem toxisch. Also er will dich jetzt fertig machen. Aber dafür musst du ja auch da sein. Da darfst du ja nicht gehen. Er will dich also weiter benutzen für seinen Scheiß hier. Und dafür kann er mit dir Schluss machen. Aber gehen sollst du natürlich nicht. Was für mich jetzt nur noch fehlt, ist hier so ein Drecksdreieck, dass er jetzt noch sagt, ja, ich würde dich gerne so als Zeitschick noch weiter daten. Und genau, weil du bist ja nicht gut genug. Und ich date zwischendurch schon mal eine andere. Aber keine Ahnung, das fehlt dir einfach nur noch. So richtig loslassen wollte er mich nicht und genoss seine überlegende Position und macht mir wieder etwas Hoffnung. Ja, Lehrbuch. Jetzt kommt die nächste Runde. Wieder Lovebombing. Ich kann das nicht mehr lesen, Leute. Schick doch mal so Blumenmails. Von seiner anfänglichen Bedürflichkeit keine Spur. Diese Rolle war jetzt meine. Was er getan hat, spielt keine Rolle. Ich war noch maximal getriggert und mein altes Kindchenschema ließ mich total von ihm erniedrigen, nachdem er noch raushautet, dass er, ich liebe dich nur, sagt, um seine Ruhe zu haben. Netter Kerl, ne? Danach blockierte er mich. Er würde dich schon wieder entblockieren, aber hoffentlich bist du dann klar im Kopf, ey. Seit Wochen klebt die Liebessucht wie ein Kaugummi an mir. Es ist inklusive der Frage, wie und wann der Turn zwischen uns zustande kam und wo ich weiter ansetzen soll, um mein Liebeschip umzuprogrammieren. Freue mich auf deine Antwort. Modul 0, Liebeskummer, rausreißen aus deinen Gedanken, wie eine Sucht sehen, rote Kreuzübung, Bänder trennen, alles, du blockst, hier ist alles, schmeißt alles weg, was da noch von ihm ist, schmeißt den Müll und dann, ja, Selbstliebe. Es macht alles nicht so einen Spaß, wie dieser toxische Scheiß, ne? Selbstliebe, Datingpause. Und wo da jetzt der Turn war, ist wurscht. Der Turn ist immer nach drei Monaten. Du kannst dir einfach die Uhr noch stellen, das sind toxische Beziehungen. Es ist, ja, weil dann, jetzt bist du rangeholt nach drei Monaten. Ich sage auch gar nicht, dass das alles so bewusst ist bei ihnen, aber dann ist man halt rangeholt und dann geht der emotional, das muss man ja schon fast sagen, hier, emotionale Missbrauch los, so, ne? Ist immer so, was soll ich sagen? Also, sieh es als Weckruf, geh nicht wieder zurück und sieh es als eine Sucht, eine Liebessucht und erst halt deine Droge und entsprechend gehst du das an und vielleicht manchmal brauchen wir noch vor Ort Unterstützung. Das ist manchmal echt, echt dickes Brett manchmal, ich verstehe das schon. Aber es bringt, glaube ich, jetzt nichts, wenn man so gut sieht, also ich möchte dich, auch wenn ich jetzt so ein bisschen frech bin hier, dass es wirklich, weil ich dich aufwecken möchte zu deiner wirklichen Größe und deiner wirklichen Kraft. Und dass du das nicht nur im Kopf denkst, dass du das hast, dass du das lebst. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Also, wir sehen uns bald wieder. Und dann wird's, wenn das nicht jobb